Nicht die Medien oder Influencer entscheiden, nicht selbsternannte Expertinnen oder Experten, nicht Umfragen und schon gar nicht die Politiker. Nein, du entscheidest. Ich will, dass Klimaschutz endlich ernst genommen wird, dass gehandelt wird. Und zwar so, dass ihn sich nicht nur Wohlhabende leisten können, sondern wir alle. Die Welt ist im Wandel. Wir sind bereit, uns zu verändern. Aber ich möchte, dass meine Kollegen ihre Arbeit behalten, hier in der Region. Ich will, dass ich danach beurteilt werde, was ich leiste oder wie ich handle. Und nicht danach, welche Hautfarbe ich habe, welchen Namen ich trage oder an welchen Gott ich glaube. Mein Name ist Nils Schmid und ich kandidiere im Wahlkreis Nürtingen für den Deutschen Bundestag. Ich bin 48 Jahre alt, heiratet und habe zwei Kinder. Aufgewachsen bin ich in Filterstadt und Nürtingen. Hier in Beuren am Pro Bölle war ich häufig mit meinen Großeltern zur Zwetschgenernte oder einfach zum Spazierengehen. Ich kenne den Wahlkreis und mag die Menschen, die hier leben. Sie sind bodenständig und fleißig und zugleich weltoffen und aufgeschlossen für Neues. Für sie mache ich Politik. Bei der Bundestagswahl am 26. September steht viel auf dem Spiel. Wir spüren alle, die Weichen müssen jetzt richtig gestellt werden. Weiter so darf es nicht geben. Ich meine, Deutschland braucht dafür zweierlei. Erstens gute Zukunftsideen und zweitens jemanden, der sie auch tatsächlich umsetzt. Die SPD hat ein gutes Zukunftsprogramm. Damit es zur Politik wird, wollen wir den Bundeskanzler stellen. Denn die besten Ziele nützen ja nichts, man muss sie auch umsetzen. Olaf Scholz hat schon oft bewiesen, dass er nicht nur gute Ideen hat, sondern auch macht. Als regierender Bürgermeister von Hamburg hat er Sozialwohnungen im großen Stil gebaut, die Schulen auf Vordermann gebracht und sich als Krisenmanager bewährt. Als Finanzminister hat er Deutschland gut durch die Corona-Krise gesteuert. Deshalb ist er der richtige Kanzler. Mir ist wichtig, dass wir Europa als Friedensmacht stärken, den Klimaschutz anpacken und den Strukturwandel gestalten. Mir ist wichtig, dass wir einen handlungsfähigen Staat haben. Nur mit einer starken SPD werden Städte und Gemeinden Unterstützung erhalten, die sie brauchen. Zum Beispiel, um ihre Schwimmbäder zu sanieren. Mir ist das gute Leben der Menschen vor Ort wichtiger, als niedrige Steuern für Reichen. Wir machen als SPD nicht immer alles richtig, aber wir handeln. Wir versprechen keine schöne Heidewelt, aber wir haben eine Idee davon, wie sie aussehen könnte. Und wir gehen die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Aber dafür brauchen wir dich, denn du entscheidest. Sehr herzlich willkommen. Untertitelung des ZDF, 2020